Surah 110, An-Nasr, die Hilfe, offenbart zu Al-Madina 3 erhehrt. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Iza jaha Nasrullahi wal Fatih. Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg. Und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst. Dann lob preise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, der die Reue annimmt.